Hey Afobs, es ist endlich hier. Das Planetarium ist da. Es gibt nur noch einen kleinen Haken. Wir müssen nachlegen. Ihr habt die Steine zwar drin, das ist nur nicht der Farbton, den wir gerne möchten. Deswegen packen wir nach und ihr habt doppelte Steine und dann geht es zu euch raus.